Uuhh! 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 Das sieht richtig gut aus. Ja, tolle Kombination jetzt mit Robben, mit Kimmich! Und Kimmich weg im harten Tor! Unglaublich! Pum, zwei! Koeman operating down the right, here's an opportunity! Oh, that's fantastic! Brilliantly struck, Joshua Kimmich. And Tottenham's lead evaporates in the blink of an eye. That's how quickly they can hit you. Flanke kommt! Kopfball kommt! Tor! Kimmich! Mit dem Kopf! Unglaublich! Fünftes Champions League-Tor ist gesamt für ihn! Now, Kimmich! Oh, he's going on an amazing run! He's just gone past four Augsburg players! And he's brought down just inside the Augsburg half, wins his side a free kick! Lovely little solo run there from Joshua Kimmich! But I'm going to see you there! And he's gonna say it for YMCA! Go to the safe floor YMCA! Way to the safe floor YMCA! Way to the safe floor YMCA! Go to the safe floor YMCA! Wooah! Kiebig kommt mit, Flanke ist nicht schlägt. Kiebig! Und Tor! 0-1, dritte Minute. Kiebig! Kimmich, links, Ribéry in der Mitte, Lewandowski, Kiebig, Tor! Tor, Tor! Der Kimmich macht 1-0! Jawohl, ja! Ausgeguckt und reingelöffelt! Wuhu! Wuhu! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020